Theatersommer Parndorf 2017. Johann Nepomuk Nestreu. Zeitlos und stets modern. Österreich und Nestreu, das gehört zusammen. Das ist genau dieser Witz, dieser Humor, der uns gefällt. Weil er so noch immer zeitgemäß ist, witzig und hochintelligent. Und was wirklich besonders schön ist, die Sprache, weil da sind Wörter dabei, die man heute nicht mehr verwendet. Immer in einer Zensur unterworfen, der war ja andauernd im Häfen, weil er halt immer gegen die sogenannte Metanichologie ankämpfte. Und es sind so viele Sätze, die Perlen sind, die unglaubliche Komik manchmal beinhalten, aber auch wehtun manchmal, wirklich auf den Punkt gehen. Ja, natürlich, er hat die Menschen erkannt. Ein gutes Zitat von ihm, es gibt viele gute Menschen, aber ganz schlechte Leute. Er ist ein Genie, das ganze Leben steckt dahinter. Ob es jetzt das Mehl aus der Vorstadt ist oder Lumpazi oder Talisman, es stimmt eigentlich immer alles, was da drin erzählt wird. Und das hat sich in den Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht sehr viel geändert, wie man sieht. Mein Herz bebt im Herzen, es wird... Applaus 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 Applaus